Und weiter geht es bei Ultimate Genovations Oh yes! Und bereit mit der nächsten Aufnahme Diesmal eigentlich bereits mit Abonnenten, Zuschauern und sonstigen Freunden Aber ich glaube, ich habe hier jemand anderen erwischt Wen das? Wenn wir gleich sehen, haben wir gerade nicht so richtig hingeschaut Egal, wie ihr vorhin gesehen habt, habe ich ein neues Kartonbild Aber jetzt nehme ich jetzt mal den zweiten Hokage Die Frage ist, wenn ich mich sonst noch als Teamkameraden So, na, mal schauen Kimaro, aber ich bin sehr gut erfahren gemacht Wenn nehme ich... Ach du Scheiße Ich habe dann einen Fehler gemacht, aber egal Wenn nehme ich als Defense-Typ ein... Äh, damals Angriff Defense wollte ich! Nechi, Nechi, wo bist du Nechi? Wow, das war knapp Das war jetzt ein bisschen zu knapp Freie Auswahl per Zufall Gegen Kirikakure Fan treten wir an, alles klar Und, und... Äh, hallo? Laden, Laden, Bin Laden, Hosenladen Kennen wir jetzt alles? Und... Okay, gute Verwendung, das liebe ich natürlich sehr... Man, wie oft wild die alten mich eigentlich noch verarschen Hallo, hier bin ich! Mann, ey! Du gehst mir auf die Nerven, Nerven! Ups, da habe ich gar keine Kamera Hab ich gar nicht gesehen! Warte, nein! Nein, ist jetzt! Es kommt jetzt! Hallo, Mann! Kommt dann abgelenkt! Tämliche Nachrichten! Na, egal! Faul ausreden, was? Äh... Schwaches! Der war allerdings cool! Mann, ey! Hör mir mal mit diesem dämlichen alten Tsuchikage auf! Kannst sonst noch was? Hehehehehehe Au, mein Gewiss! Hehehehe Nein! Nein, das wollte doch grad nicht scheisse! Es wäre sooo gut gelaufen! Wö, was zum... Geht doch! Yeah! Ein bisschen werfen muss sein! Dann ist die Welt voll... Sonnenschein! Ach du Scheisse! Ja! Ich hab's gerade auch gesehen! Ich hab irgendwie... Ups! Deshalb macht er's! Guck mal, Kinimaro! Er will mit dir spielen! Äh... Irgendwie... Spiel die Galle in mir! Kann das sein? Maga! Geh mal aus dem Weg, ey! Alter Schwede! Wow! Der Alte war jetzt aber knapp! Yes, Mann! All die Mäle! Er wacht Zustand! Ups! Sonnenschein! Was war das? Wieso? Hat das nicht geklaut? Kann mir erst mal einer... Verraten! Aus dem Weg, du alter Sack! Ups! Ich hab kein... Scha... Kann mir ja doch... Hab ich wieder... Ja... Hab ich wieder... Scha... 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 So, jetzt aber meine Fresse! Hä? Nein, nein, nein! Es hat Sinnentwurf gemacht! Äh... Sie, ihn! Ja, kümmer! Der war auch fies! Ey, komm schon! Ich leg dir das schon halb tot und die wirft noch Labe auf mich! Ja, eine schöne Schanke auch! Ja, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, ich hatte schon mal schlechtere Gegner! Äh, nein! Stärkere Gegner natürlich! Also... Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich war auch schon mal schlechter! Trotz dieser Einwürfung Pause normal, so schlecht war ich nicht! Wie sieht's wohl beim nächsten Kampf aus? Ja... Ja, äh... Ja... 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 Und tschüss! Und bereits der nächste Gegner, der Gelblitz mit den engen Bannen gegen den Recher oder Recherin von Moushiya klaren! Vorgotte 89 gegen Michael Desaene und der Kampf findet statt! So, die Frage ist los, welchen Karakt nehme ich diesmal, mit dem zweiten Okage, so schläft ich diesmal nicht mit dem. Das Album Intuit von dem kennen wir auch noch nicht, also ist er wieder mal dran. Zur Defense, Neji, ne, diesmal nehme ich Tobi, äh Tobi, äh ja, Pain, den nehme ich zur Defense, obwohl eigentlich Angriff ist und dich nehme ich auch zum Angriff, hallo, so. Zwei Angriffstypen, wobei ich einen auch zur Defense anwenden kann, ist doch gar nicht mal so übel. Was bist denn du für ein Faker, hey? Ne, 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 keine Sorge, es ist kein Faker, es ist kein Faker, ich glaube das ist sogar mein Treuer oder ein sonstiger Zuschauer, glaub ich zumindest mal. Also die kommen mit Ooshima, man, nichts schläft, was dann gerade jetzt passiert. So Leute, ich muss mich halt ein bisschen konzentrieren. Wenn auch nur ein bisschen, aber ein bisschen muss ich. So. Da kann ich nicht mehr ausweichen, das ist wirklich super. Ah, dieser damn Kojimaru mit seinem Verfolgereffekt. Und, Mist, kam ein bisschen zu spät, der gute alte Tobi, na toll kann ich nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen, ich bin hilflos ausgeliefert, so ist es nicht mehr. Hey, hallo, Mann, ich fall immer auf diesem Dammit-Morchimaru ein. Geht's doch wohl nicht, ey. Ja, nicht ganz. Äh, ja, was geht jetzt gerade ab? Ah, so muss ich kämpfen, alles klar. Was, war's ein Doppelgänger? Hat er gar nicht gesehen. Der war fies. Was, äh, ich hab er geblockt! Okay, ich hab geblockt, aber hat trotzdem nicht so gut funktioniert. Hm. Dieser dämliche Verfolgungsmove, ey. Der ist echt nicht von schlechten Eltern. Ich war eigentlich aus, und jetzt plötzlich hinter mir. Ich mein, ich hab's ja auch schon tausendmal getestet. Natürlich auch mit Minato, das ist mein Main und so, nicht wahr, aber... Hat das immer so richtig funktioniert? Nö, natürlich nicht. Hm, schon seltsam. Na gut, was schon... Ich bin doch nochmal mit dem zweiten Hokage. Tobirama-Senschu. Wollte ich eigentlich. Ja übrigens, Tobirama-Senschu heisst er. Und wer heisst auch noch Tobi? Ja gut, also... Keine Sorge, ich will jetzt damit nichts irgendwie andeuten oder so, aber seltsam ist es trotzdem. Toll, wenn ich mich jetzt als Charakter... Ähm... Er ruht er wieder mal? Ja, why not? Da Dann, Neillji, war jetzt ein schönes zum Blocken mit dem. Äh, Angriff? Vöööööb, föööö. Wer nehme ich da? Ja hee-jaa-jaa was! Wieso personality? Ich wollt doch Angriff-Sensie. Ja Ah, ein super Team, wa? Hat der gerade... Wieso nimmt er immer meinen Charakter? Hallo? Ich habe zu einem Vermogen, wieso er das macht, aber... Oh, die Musik ist richtig episch! Ups, mit Pain hat er nicht gerechnet. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben... ...dass du dich auch. Äh, 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 äh! Darfst du dich? Ja. Dankeschön, Orschimau, dass du dich um mich gekümmert hast! Nein, nicht schon wieder! Ich wollte doch gerade weg! Wow! Wow! Ja, so einfach geht das nicht, Alter, da musst du früher aufstehen! Versuch's doch, versuch's doch! Verdammt! Ja, falsches Timing! Ich hätte ihn beinahe gehört! Falsches Timing! Ich hätte ihn beinahe gehört! Beinahe ist keinmal, wa? Wow, 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 wow! Das war aber ein bisschen sehr knapp! Und, nein, verdammt! Wär so schön gewesen, wenn es geklappt hätte! Das wär so was von schön ge... Das geht doch mal zum Boden, Mensch! Okay, Moment mal, Moment mal! Jetzt! Ja, ich hatte gerade so schön! Autsch, volle Energie! Das wär jetzt super schön gewesen! Aber nö, natürlich nicht! Wow, das war knapp! Das war knapp! Aber schön, dass ihr eine super gute Verbindung hattet! Und ich mach's doch viel mehr Spaß! Und tschüss, Kumpel! Und tschüss, Kumpel! Oh, 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 oh! Wieso kann ich eigentlich gleich nicht ausweichern? Seltsam, wa? Ah, ich wird's verlieren! Ich weiss, ich weiss! Ein Moment lang gewartet und vorbei ist es. War aber sehr spannend, muss ich mal zugeben. Ich hätte am Schluss nur ganz kurz ablocken müssen und dann leicht einen Wurf gemacht. Dann hätte er vermutlich gewonnen. Weil er hat auch geblockt und naja. Ich mache es mir nicht mehr schlauer. Trotzdem vielen Dank für den Superkampf. War echt phänomenal. Aber Oji Mau nehme ich nie wieder als Teampartner. Der ist zwar genial und so was das betrifft. Also betrifft den Kampfer und so. Aber der ist so eklig. Ich hasse den Kerl, ich hasse den. Der zu Chicago, oder? Okay, das was man mit dem alten Sack. Mal schauen, ob das überhaupt was wird. Ja, Shikamaru eher am Griff ins Klo. Aber der eine Sasuke kann doch noch was. Einer davon macht doch noch irgendwas mit Amaterasu. Habe ich so zumindest in Erinnerung. Danzu? Ja, machen wir mal voll das abgefuckte Team, oder? Also voll das crazy Team, ey. Ja, Sushikarage mit Sasuke und Danzu. Die passen zusammen wie Arsch auf einmal. Aber echt mal. Er nimmt Tobi? Äh, okay. Ne, irgendwie funktioniert das mit dem Sushikarage seinem Wurf nicht. Das ist eigentlich schade. Äh, und so ist im Allnitai eigentlich eine Schlange. Ja, versuch's doch. Jetzt macht er eigentlich als Jutsus. Aha, macht er das? Okay, ebenso nicht. Ja, Karostu. Sasuke, machen wir was. Dankeschön. Das ist eigentlich dann halt immer Jutsu. So was Schwaches? Naja, wenn's gefällt. Wo, 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 wo! Okay, der Sushikarage kämpft ja eigentlich nicht so schlecht. Aber mit dem irgendwie so richtig zu fighten, ist es auch ein bisschen schwierig. Wo! Ah, da bist du ganz übersehen, ey. Verdammte Schlange, ey. Haha, sorry, Alter. Der war nicht geplant. Als Rediger natürlich war der geplant. Mann, ey, ich kann nicht mehr ausweiten. Scheiße! Jetzt auch nicht, aber ist mir nur ein kleiner Trost. Mann, ey. Und klappt's! Scheiße! Wieso nicht? Wär so schön drauf gewesen! Mann, ey! Du Arsch mit Ohren! Ey, ich seh nichts mehr! Wer ist hier am Führen? Er macht ja einen Move! Ich seh nichts! Er macht ja einen Move! Ich seh nichts! So, zu Chicago, was kannst du eigentlich so? Wenn man fragen darf. Er macht eigentlich noch kluge... Äh, kluge, natürlich vor allem... Gute Moves! So, Freunde, versuchen wir gerade hier zu konzentrieren! Genau! Wo, 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 wo! Cool! Ich hab gewonnen! Der kleine alte Sack, na das ist dir nicht zu fassen. So, puh. Auch wieder mal ganz schön Schweißtreiben, muss ich ja zugeben. Und sagen, dass es ein bisschen ruhig war teilweise, aber ich kenne den User mittlerweile ein bisschen und da muss ich mich schon ein bisschen konzentrieren, wenn ich eine Chance haben will, aber wir haben ja gesiegt. Immerhin einmal von vier Mittwoelen. Ich steigere mich. Ja. Langsam aber sicher. Revanche eigentlich gerne, aber die anderen sollen ja auch eine Chance haben. All zu schlecht. Beim nächsten Mal wieder.